Mit einer neuen Hälfte, der Schleifung machte es um 16,87 Sekunden. Nach der Demo der Kanabier krabbeln noch deutlich schneller auf den Wegs. Nach der Demo der Spitze mit 18,61 Sekunden. Gibt es noch die Meda? Giorgio Farroni aus Italien, der zum Zweifelsatz dabei und das sieht gut aus. Giorgio Farroni, 1,25 Rückstand und auf dem Silberplatz zur Zeit. Und demnächst erwarten wir hier auf Fabiano Wey, den Schweizer mit der Glacentee. Der Einzelnen müsste mit der nächsten Flick sein und dann geht das Ziel ein, wenn du ihn einpernst. Giorgio Farroni, 3,75 Rückstand und den Schweizer mit der Türkei. Vor zwei Jahren auf der Platze 6, der dreieweise geht. Und am nächsten Tag, der 6. Watt. Und am nächsten Tag, der 6. Watt. Wir bleiben alle zusammen, das geht. Und hier ist das andere, dass der so freundlichen Windkraft in der Liste zu leben. Und mit der Gase T 2 und ein Fug von 4 Kilometern wird info gespielt. Und hier wird das bis 13 gestanden. Und dann wird es untermachen 2,4 Kilometer in der Klasse aus. Hier kann es aus den mega-active Windkraft in der Liste wie der Gase T 2 und 4 Kilometer, Hallo, wie geht's? Ein Fahrer ist noch unterwegs bei der Katholik 1, ein weiterer Fahrer aus Afghanistan und da kann man getrost von einem Nachwuchsfahrer sprechen, der ist der 14-jährige Hochsohn, der höchste Wahl an unserer Weltmeisterschaft teilnehmt. Genau, das Team ist Baby Starer. Wir forcieren den Parasport und sagen, dass der letzte Abrede ist, die Eintrachtung 3, in der Leiterstadt zwischen den Sternen, die Hälfte des Teilchen fällt. Wir haben leider keine weiteren aktuellen Informationen, oberein eine Frau T2-Senfantin wird heute ein weiteres Mal die Schweiz-Nationalhymne erklingen beim Sieglieren. Das ist die grosse Frage. Oder kann die Rüte neben der Welt hier der Fahrzeugkantil entstecken? Hallo, wie geht's? Die Medaillen, die sich vergeben auf jeden Fall bei den Männern T1, Natak Levon gewinnt Gold und das beginnt der Rekord, Giorgio Farroni holt sich silberner Italiener und und die Stativgabe überhalten sich silberner und nach 17 Sekunden 8,7 und auf dem Wind vielleicht halten wir dieses Bild auf den grossen Monitoren sehen wir Selig von Till auf den Wind zurück. Selig von Till nach einem Weitunfall mit einer schwierigen Verletzung, jetzt mit einem Hilfemögen eingeschränkt, doppelt und zweidimensionale Sicht. Aufgrund dessen natürlich und gleich nichts gestürmt. Die Jungen, sie hat schon alle Eishorbaden ausprobiert, war auch wieder leichter glücklich nach ihrem Unfall, macht ihn hart, aber nach einem weiteren Unfall, dann gefreudig wurden die Radsports, gefördert und forciert, gesund begleitet, aber auch in ihrer Radsport-Karriere von Nationaltrainer. und wie er lernt den Gäste? Und hier sind die Radsport-Karriere von kleinen und gelegentliche Hälfte